hallo zusammen und willkommen zu diesem video verrauschte fotos durch schlechte lichtverhältnisse und schärfe in fotos vielleicht auch die belichtungszeit zu lang gewählt war oder letztlich ein zu kleines foto durch versehentlich vielleicht die falsche megapixel anzahl an der kamera ja all diese probleme konnte man ziemlich gut bislang in den griff bekommen mit einzel software lösungen von der firma topaz allerdings musste man für jedes problem eine einzelne software herunterladen und natürlich im endeffekt kaufen wenn man sie länger nutzen wollte topaz hat nachgelegt und zwar mit der neuen software und zwar mit foto wie gut sie geworden ist welche funktionen sie beinhaltet und vor allem wie gut sie nicht nur mit modernen fotos sondern auch tatsächlich mit einem ich habe ein 15 jahre altes foto umgeht und was sie daraus macht ihr lieben all das schauen wir zusammen in diesem video an foto von topaz ich hatte euch ja bereits in vorangegangenen videos die einzel lösungen von topaz vorgestellt da gab es für jedes problem eine lösung verrauschte fotos kein problem und scharfe zu kleine fotos vielleicht fotos die man mit gerne mehr auflösungen hätte kein problem für jedes problem gab es einen entsprechenden lösungsbauschein von topaz den ihr natürlich einzeln kaufen musste und im endeffekt war in der bearbeitung natürlich das problem wenn du ein foto hat das was mehrere probleme hatte dann musst du jeweils sehr zeitaufwendig jedes foto durch jeden einzelnen software baustein durchjagen das natürlich nicht unbedingt zeitsparend das hat wohl auch topaz erkennt denn sie haben eine neue eine all-in variante herausgebracht und zwar foto ich habe es mir heruntergeladen und mal ausführlich für euch getestet und ich war tatsächlich vom ergebnis überrascht ob positiv oder negativ das schauen wir uns mal an und zwar springen wir gleich mal auf meinen pc schauen uns mal an was kommt dann in der neuen version in der foto version und dann schauen wir uns mal zwei fotobeispiele an denn ich habe mal ein aktuelles foto aus der canon eos rp im raw format getestet das war ein bisschen verrauscht iso 1600 bei einem brautpaar shooting und dann ihr lieben dann dann schauen wir uns mal ein spezielles foto an und zwar habe ich ein foto rausgesucht das jetzt tatsächlich schon 15 jahre alt ist und zwar aus dem jahr 2007 und ja ich muss mich outen dieses foto wurde aufgenommen nicht mit einer canon sondern mit einer sony einer sony cybershot damals top aktuell mit ganzen 7,2 megapixel auflösung super kompakt war in dem bereich für mich gut denn mit einer großen kamera war das tatsächlich schlecht zu fotografieren für alle diese mich nicht wissen ich habe lange jahre im reenactment bereich aktiv mitgewirkt ich habe entsprechende ausbilderscheine zum beispiel für schwertkampf an diesem beliebten a-schein den es damals gab ich war in hastings habe dort bei der schlacht von hastings auch mitgewirkt lange rede kurzer sinn ich habe euch ein 15 jahre altes foto herausgesucht und das hat eine so kleine auflösung dass ich glaube dass selbst topaz hiermit überfordert ist aber das ihr lieben das schauen wir uns mal zusammen im video an topaz photo in der version 1.1.1 ich habe die software geöffnet und dann fällt mir sofort auf ich habe noch keine regler an denen ich irgendetwas auf meinem bildschirm einstellen könnte das heißt wir müssen als erstes unser foto in die software laden das ganze können wir natürlich durch den browser machen oder wir machen es ganz einfach per drop in dafür nehme ich mir mal eine raw datei und zwar eine raw datei aus der canon eos rp das ganze mit einem netten bildrauschen das natürlich entstanden ist durch den iso wert 1600 das heißt da schauen wir gleich mal rein ja so sieht es aus 100 prozent vergrößerung das sehen wir hier unten auf 100 prozent ist das ganze skaliert wir gehen ein bisschen weiter rein und dann sehen wir schon ja wir haben hier ein vorher nachher bild natürlich ist auch der bisher vorhandene slider geblieben das sehen wir hier unten das heißt wir können den vorher nachher slider den schiebe regler den wir aus den vorversionen kennen die können uns auch einstellen was mir unten dann aufgefallen ist wir haben jetzt nicht mehr die möglichkeit das ganze zu splitten in vier verschiedene screens so war es ja bei den einzelvarianten da hatten wir die möglichkeit uns verschiedene voreinstellungen schon heraus zu suchen anzuschauen zu sagen ja das ist meine voreinstellung das fehlt hier komplett was allerdings passiert ist und ihr seht es ist schon fertig jetzt mein bild im hintergrund so wie ich mein bild lade in die software fängt sie an zu rechnen und zwar zu rechnen das heißt mit der künstlichen intelligenz ihr seht hier oben wird erstmal alles analysiert und das bestmögliche foto was die künstliche intelligenz denkt herausgearbeitet wir fangen mal hier oben an wir sehen natürlich wir sind hier 67 prozent und dann sehen wir dass die software erkannt hat wir haben ein rohr und wir haben das ganze mal ein bisschen enter rauscht jetzt können wir hier oben seht ihr wenn wir hier auf zappel jack gehen dann können wir zum beispiel die einstellungen verbessern wo jetzt meine software erkannt hat wo das hauptmotiv in diesem bild liegt man sieht hier oben es wird dann rot das können wir verfeinern indem wir ganz einfach hier auf stellen geben und dann sagen ja das soll dazu gefügt werden aber wie zum beispiel der tisch da war die übergang nicht ganz so gut oder wir können natürlich auch etwas abziehen das ganze können wir hier nochmal ja die randsoftheit von diesem pinsel werkzeug quasi entsprechend ihr seht da wird es dann immer markiert und da kann man natürlich auch noch einstellen ja wie groß soll das ganze seit der bereich in dem das ganze entsprechend aufgegriffen wird ja hier das glas war auch nicht so richtig mit drin okay also auswahlwerkzeug gibt es wir an der seite könnte man jetzt auch diese werte das lassen wir mal außen vor also es gibt ein auswahlwerkzeug für unser hauptmotiv im bild das können wir hier oben durchführen jetzt seht ihr schon jetzt rechnet die software wieder hier unten sieht man dann immer den status und was es schon macht bzw was es schon erledigt hat im hintergrund teil ihm und hier haben wir jetzt unser foto linke seite das ist unser ausgangsbild man sieht hier ganz deutlich auch das bildrauschen auch so richtig schärfe geht natürlich verloren und man sieht natürlich auch hier gerade im zucker in diesen tütchen erde hast du natürlich auch ein farbrauschen mit drin aber jetzt hier mit dem regler mal rüber gehen ihr lieben tja wie geil ist das wie geil ist das das ist tatsächlich richtig genial wir haben quasi ein komplett entrauschtes foto wir können natürlich wenn wir der funktion nicht alles überlassen wollen einzelne komponenten noch hinzuschalten ihr seht hier und zwar können wir nachschärfen auch hier regler einfach aktivieren dann haben wir wie immer verschiedene möglichkeiten noch mal zu entscheiden ja wie ich dann dieses share die unschärfe entstanden ist standardmäßig durch rauschen entstanden oder ist vielleicht durch eine bewegung entstanden und wir können natürlich entsprechende regler hier noch ändern um das ganze nach unseren bedürfnissen anzupassen und dann haben wir weiterhin ihr seht eine möglichkeit zum beispiel gesichter besser wieder herzustellen recover faces das ist jetzt blockiert weil gleich software sagt ja da ist aber gar kein gesicht drin also brauchen wir diese funktion nicht und wir können hier unten natürlich neu skalieren ihr lieben wenn wir uns das jetzt mal anschauen ja dann ist das ja schon eine gute auflösung wir haben 6264 mal 4180 wenn das vielleicht mal wirklich nicht ausreichen sollte für den druck dann vergrößern wir das ganze doch mal dann seht ihr schon dann wird natürlich die skalierung bleibt 67 prozent die ist geblieben wir gehen mal wieder auf die gleiche ansicht jetzt sind danach dann nur noch 33 prozent und im hintergrund wieder wenn gesagt ja vergrößert das mal bitte hier auf 12.528 mal 8360 pixel und das ja tatsächlich wirklich groß und dann rechnet die software natürlich wieder sie muss jetzt nach rechnen weil wir haben neu skaliert das geist das ganze entrauschen etc wird natürlich noch mal neu berechnet aber ihr lieben schaut euch das mal an schaut euch das mal an einen achteil gibt es weiterhin den seht ihr hier so wie ich mein bild bewege vergrößert verkleiner wird immer neu gerechnet das ist natürlich immer noch etwas zeitaufwendig aber wir haben jetzt schon mal einen vorteil fertig gerechnet wir müssen das ganze nicht durch drei varianten jagen sondern wir haben alles in einem alles in einer software das heißt wir haben nachgeschärft wir haben natürlich unsere größe jetzt schon verändert und wir haben das rauschen das bildrauschen entfernt und schaut euch mal das vorher nachher an also gerade hier bei diesen zuckertütchen da ist das schon grandios schaut euch das mal an wenn ich hier rüber gehen mit dem regler und auch der kant des zucker das sieht schon ziemlich genial aus ja das war eine raw datei eine raw datei aus einer aktuellen kamera mit einer schon guten auflösung und natürlich einem guten iso wert und zwar aus der canon eos rp also erstes foto aktuelle kamera canon eos rp ja man sieht schon sehr deutlich bei einem iso von 1600 ja da rauscht es schon das ist natürlich in der großen ansicht nicht unbedingt so problematisch aber topaz definitiv auf jeden fall richtig sauber rausgerechnet und nicht nur das rauschen entfernt sondern natürlich auch gut nachgeschärft man muss dann natürlich so ein bisschen so ein fingerspitzengefühl entwickeln wie viel schärfe ist gut wie viel ist zu viel tja und die vergrößerung die funktioniert tatsächlich sehr sehr gut die frage ist nur ja braucht man so ein foto halt so groß aber es wäre möglich ist um ein vielfaches des ausgangs fotos zu vergrößern und das ganze aus meiner sicht verlustfrei tja lieben okay das war jetzt eine raw datei das ist vielleicht nicht so schwierig wie geht topaz aber jetzt mit einem älteren bild um und zwar einem bild das tatsächlich schon 15 jahre alt ist und es ist nicht nur 15 jahre alt sondern es ist auch so klein in einer so kleinen auflösung dass ich nicht glaube dass wir das vernünftig vergrößern können und das auch ich nicht glaube weil es ist wirklich sehr verpixelt auf 100 prozent vergrößerung das schauen wir uns gleich mal an dass topaz hier tatsächlich ein gutes ein brauchbares ergebnis herausrechnen kann das wäre tatsächlich dann schon eine richtig heiße nummer aber schauen wir uns mal an in topaz foto jetzt wird es interessant ihr lieben und zwar richtig interessant denn ich habe hier mein foto aus der sony cyber shot das ganze ist tatsächlich 15 jahre alt es ist nur ganz ganz kleines jpeg und zwar seht ihr die auflösung wir haben nur eine 300 zu 399 pixel auflösung das ganze wenn wir uns das mal hier anschauen auf auf 100 prozent geht es gar nicht wir müssten jetzt quasi also das sind 100 prozent da geht es einigermaßen aber damit kannst du nichts reißen das heißt als allererstes ja schauen wir doch mal an ich hätte das natürlich gern vielleicht in so einer größer um die details hier auch zu erkennen aber man sich größer macht sieht man im grunde ist es ja pixel brei das alles anders kann man das schon gar nicht bezeichnen auch hier hinten das kettenhemd ja da gehen schon bessere details ja jetzt bin ich gespannt im hintergrund hat natürlich schon foto gerechnet und zwar habe ich jetzt nur wirklich nur die künstliche intelligenz einmal drüber laufen lassen das heißt als erstes möchte ich skalieren ich habe schon ihr seht wir könnten schon darüber gehen wir machen es noch nicht wir skalieren jetzt erstmal und zwar machen wir jetzt mal die maximale skalierung ihr seht das ist natürlich auch begrenzt ja auch foto er kann hier nicht zaubern meine maximale auflösung aus jemals 300 mal 399 pixel wären jetzt 1800 mal 2300 vier und neunzig pixel guckt euch das mal an wir sehen jetzt 41 prozent wir gehen mal ein bisschen größer wir machen das bild mal auf 50 prozent im grunde brauchst du das nicht ausdrucken da müssen wir uns nichts vormachen wenn jetzt nur die vergrößerung da wäre da müssen wir nichts ausdrucken das ist einfach ja das bild ist zu klein jetzt schauen wir doch aber mal was im hintergrund und dafür haben wir ja unseren vorher nachher regler und guckt euch das man wenn ich hier schon reingeht das ist tatsächlich genial wenn ich damit rüber gehen über den vorher nachher regler und jetzt wird es jetzt wird es richtig cool schaut euch das an vorher nachher wir machen mal eine direkte gegenüberstellung und zwar nehmen wir jetzt mal nicht den vorher nachher regler sondern tatsächlich schauen uns mal links das vorher foto an und rechts das nachher wir gehen ein bisschen runter von der auflösung beziehungsweise von der größe darstellung wir sind jetzt bei 41 prozent original foto neues foto alleine schon die details hier guckt mal beim kettenhemd und auch hier bei meinem schwer die eingravierten details leute das ist der absolute hammer ein 15 jahre altes jpeg in einer absolut unterirdischen auflösung in solch einer qualität jetzt in 1800 2394 pixel und das ganze komplett er eingesteuert also ich habe nichts anderes eingeschaltet ich würde es tatsächlich auch so lassen weil ich finde es tatsächlich gut es ist mega schaut euch mal hier schaut euch mal die struktur die überreste des kampfes sind noch an meinem schild zu sehen hier auf der linken seite quasi ja das ist pixel brei aber rechts tatsächlich absolut genial tja lieben richtig krass also das muss ich schon sagen bei dem bild bei der auflösung solch eine qualität die einzelnen pixel quasi ineinander verschmolzen und dann noch solch eine schärfe rausgeholt respekt respekt an topaz tatsächlich geniale geschichte ihr seht die funktion tatsächlich diese künstliche intelligenz die ihr am anfang für sich arbeiten lassen könnt die funktioniert tadellos das heißt ihr habt jetzt die möglichkeit natürlich diese künstliche intelligenz zu euch arbeiten zu lassen ihr könnt noch nachbessern wenn ihr sagt gefällt mir vielleicht das ein oder andere nicht so vielleicht war ein bisschen viel schärfe mit drin vielleicht ist auch ein bisschen viel rauschen mit rausgenommen aber definitiv wenn ihr eure fotos und auch ihr habt es gesehen alte fotos vielleicht in kleiner auflösung vielleicht habt ihr auch nur noch jpegs da so wie es bei mir leider der fall war denn tatsächlich ist da mal eine festplatte abgerauscht das heißt die original dateien habe ich nicht mehr ich habe leider nur noch diese kleinen vorschau bilder aber damit kann ich auf jeden fall eine gesunde größe und vor allem eine geniale auslösung auflösung dann natürlich noch herausholen was hat sich preislich getan preislich kriegt ihr die software aktuell für 199 dollar ich habe euch noch mal 10 prozent rabattcode rausgesucht all das verlinke ich euch natürlich unten in der video beschreibung im grunde hast du dann einen guten preis vielleicht gibt es auch mal irgendwo eine aktion aber ich persönlich muss sagen wenn du viel vielleicht auch ältere fotos aufarbeiten willst und du willst wirklich eine geniale qualität und ihr habt es gesehen also das letzte foto das spricht für mich wende tatsächlich dann ist das gut investiertes geld ihr könnt sie aufarbeiten und vielleicht könnt ihr damit natürlich auch fotos die vielleicht mal ein bisschen daneben lagen vor allem bei stockagenturen einreichen auch das ja immer noch eine aktuelle geschichte fotos verkaufen geld damit verdienen eins der größten ab lehnungsgründe ist bildrauschen bildrauschen und unschärfe und tatsächlich ist es dann so wenn es foto vielleicht auch zu klein in auflösung war kannst du es nicht einreichen das bringt nichts all das hat foto in nur einem zug in einem bearbeitungszug für mich mega gelöst also ich kann da nichts negatives drüber sagen tatsächlich gute überschaubare benutzer überfläche nicht mit 200 reglern wo du dich erst mal zwei jahre mit einarbeiten musst es ist ziemlich intuitiv das ganze aus meiner sicht richtig gut hinbekommen ihr lieben an dieser stelle natürlich an alle meine kanal mitglieder ich werde euch wieder die vorher und nachher fotos die bekommt ihr wieder von mir in einer entsprechenden datei könnt ihr euch runterladen und dann könnt ihr euch selber und das ist ja das wichtige topaz mal runterladen foto es gibt wieder die testversion da müsst ihr nichts bezahlen könnt das ganze mal ausgiebig testen und dann packt doch mal diese beiden dateien meine rohe dateien die packt doch mal da rein und dann könnt ihr euch das gleiche ergebnis noch mal anschauen und euch davon überzeugen was leistet foto ei aus meiner sicht eine mega gelungene software es wurde auch zeit dass man diese drei software bayerten quasi in eine gepackt hat ich kann es tatsächlich an dieser stelle wirklich nur wärmstens empfehlen für alle die vielleicht auch ältere fotos aufarbeiten wollen ja lieben schreibt sie gerne in die video kommentare was haltet ihr von foto was haltet ihr von meinen beiden beispielen sagt ihr auch mensch gerade das was jetzt schon 15 jahre alt ist das foto da kann man richtig was rausholen oder sagt ihr naja jetzt habe ich ja vielleicht mir eins davon schon gekauft ich weiß nicht so richtig all das ihr lieben wie immer schreibt mir unten in die video kommentare ansonsten wenn euch die vorstellung des neuen softwareprogramms foto in der praktischen anwendung gefallen hat lasst mir fürs video gerne einen daumen hoch da und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen videos wieder sehen wollen und ihr habt es noch nicht getan dann abonniert doch gerne an dieser stelle meinen kanal glocke nicht vergessen denn dann gibt es eine info wann immer es ein neues interessantes video von mir gibt ihr lieben vielen dank fürs zuschauen in diesem sinne bis dahin schauen wir malen dann Vielen Dank.